Mein Name ist Anna Hofmann, ich bin die Gründerin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin von der Firma Greensauce. Es ist ein internationales Unternehmen, Projektentwickler für Photovoltaik-Großprojekte in Osteuropa und Lateinamerika. Wir befinden uns gerade auf einem unserer Parks in Slowakei, in Biskubice, ca. 4 Stunden Autofahrt von Wien. Der Park, den wir seit ca. 3,5 Jahren umgesetzt haben und betreiben. Die Internationalität ist für uns natürlich sehr wichtig, da wir zwar in Österreich den Firmensitz haben, aber ausschließlich im Ausland arbeiten, sind für uns internationale Berater, eben wie BDO, sehr wichtig, dass die international vertreten sind und das Know-how haben. 2006 wurde das Unternehmen mit Unterstützung von Dr. Bernd Zinnöcker gegründet, der mich wirklich von Anfang an bei steuerlichen Themen in Österreich bei der Gründung unterstützt hat, aber dann auch in den ganzen Projekten begleitet hat und mittlerweile ist es so, dass wir keinen Deal ohne ihn machen. Er sitzt immer am Tisch mit Technikern und Rechtsanwälten mit uns. Dabei unterstützt uns BDO bei der Machbarkeit, also im Prinzip die prüfen auch verschiedene Machbarkeiten in verschiedenen Ländern. Ich wünsche mir, dass es einfach so weitergeht. Ich muss sagen, wir haben es geschafft und eine bestimmte Position auf dem Markt haben wir erreicht und diese würden wir gerne behalten und einfach weitere Länder auszubauen.